Uruk, das heutige Vakar, liegt etwa 20 Kilometer östlich des Euphrat in der Nähe der antiken Statur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist namengebend für die Uruk-Zeit. Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend vor Christus eines der politisch führenden Zentren der sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den letzten Jahrhunderten vor Christus. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges in Anna Ishtar und der Himmelsgott an, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten. Ausgrabungen Die ersten Untersuchungen in Uruk-Waker führte der englische Geologe William Kenneth Loftus in den Jahren 1849 bis 50 und 1854 durch. In den Jahren 1912-13 begannen die Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft unter Julius Jordan und Konrad Preusser. Die Arbeiten wurden nach dem Ersten Weltkrieg 1928 wieder aufgenommen und bis 1939 fortgeführt. 1954 und in den folgenden Jahren wurden mehrere systematische Grabungen unter der Leitung von Heinrich Lenzen durchgeführt. Diese Grabungen brachten verschiedene altsumerische Dokumente und eine größere Anzahl von Rechts- und Lehrtafeln der See-Lückenden Zeit ans. Tageslicht Sie wurden von Adam Falkenstein und anderen deutschen Epigrafikern veröffentlicht, ein Teil davon in der Uruk-Waker-Sammlung Heidelberg. Die letzte deutsche Grabungskampagne vor dem Irakkrieg wurde im Sommer 2002 unter der Leitung von Margarete van Eresses vom DAI durchgeführt. Die Auswertung von Satellitenaufnahmen im Jahr 2005 konnte Berichte über Raubgrabungen in Uruk widerlegen. Die Stadt und ihre Geschichte Die Ruine von Uruk ist mit einer Ausdehnung von 550 Hektar die größte Stadtruine des südlichen Babylonien. Die antike Stadt Uruk war über einen Zeitraum von etwa 5000 Jahren besiedelt, von der frühen OB-Zeit bis ins dritte Jahrhundert nach Christus. Das Zentrum der Stadt ist von den zwei Kultzentren der beiden Hauptgötter der Stadt geprägt. Das vierte Kulabar ist mit dem ANU-Tempel und seinem Tempelturm der Hauptkultur des Himmelsgottes an. Während der INA-Bezirk das Hauptheiligtum der Göttin in Anna Ishtar bildet, Uruk-Zeit schon ab ca. 3500 v. Chr. war Uruk ein großes urbanes Zentrum. Um 3400 v. Chr. war der Siedlungshügel bereits 19 Meter hoch. Es kann wohl als ein oder sogar als das Zentrum der Entstehung der sumerischen Kultur bezeichnet werden. Diese Periode wird in der Archäologie, späte Uruk-Zeit genannt und reicht etwa bis 3000 v. Chr. Zentrum der Stadt war das Heiligtum der Inanna INA genannt, schon im vierten vorchristlichen Jahrtausend erreichte dieses monumentale Ausmaße. Der bedeutendste Teil war der sogenannte Kalkstein-Tempel, bei dem es sich um einen ca. 70 x 30 Meter großen Bau handelte, der aus Kalksteinblöcken errichtet worden war. Dabei ist allerdings nicht gesichert, ob diese Kalksteine nur die Fundamente eines Lehmziegelbaus bildeten oder ob der Bau in ganzer Höhe in Kalkstein errichtet worden ist. Die Fassade des Tempels wurde mit einer Nischengliederung gestaltet. Im Inneren befindet sich ein T-förmiger Hof oder Saal. Neben diesem Haupttempel fanden sich andere Anlagen, darunter auch der sogenannte Stein-Stift-Dempel, ein Bau, dessen Wände mit geometrischen Mosaiken dekoriert sind. Auch Holzbalken von 12 m Länge, Reste von Großskulpturen und Reliefs, Tierfiguren, aufwendig gestaltete Steingefäße und Rollsiegel wurden gefunden. Die Tempelanlage wurde mehrmals umgebaut und erweitert und erhielt in der Zeit der dritten Dynastie von Ur eine Zekurat, die von Ur-Namu errichtet wurde. Auch die Zekurat des Gottesan wurde hier errichtet. Sie ist der andere bedeutende Tempelkomplex in Ur-Hug. Um 3000 v. Chr. wurde der gesamte Siedlungshügel eingeebnet und neue Bauten wurden errichtet. Die Stadt erreichte auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung mit einer Fläche von 5,5 Quadratkilometer eine Größe wie ähnlich dimensionierte Stadtanlagen. Die in Regionen der Induskultur archäologisch erschlossen wurden, beispielsweise Harappa und Moniodaro. Diese Zentren waren zu jener Zeit wahrscheinlich die größten Städte der alten Welt. Ur-Hug wurde erst um 600 v. Chr. von Babylon in der Größe übertroffen. Vor den Eroberungen des Sagern von Akkad war Ur-Hug die Hegemonialmacht in Summa. Im Regenamen Mesopotamien wurde Wasser für den Ackerbau durch Kanäle und Dämme zu den Feldern geleitet. Es bestand immer die Gefahr, dass die Anlagen von Feinden zerstört wurden. Historiker sind der Ansicht, dass in Ur-Hug etwa um 3000 v. Chr. eine Katastrophe durch einen Dammbruch stattgefunden hat. Die Schriftaufzeichnungen enden zu dieser Zeit plötzlich. Wahrscheinlich wurde der Damm absichtlich oder als Folge der Kämpfe zwischen Sumerern und Semiten zerstört. Man hat vermutet, dass sich dieses Ereignis in dem mesopotamischen Sintflutberichten widerspiegelt. Sumerische Zeit, frühdynastische Zeit Auch in der frühdynastischen Zeit war Ur-Hug eine der wichtigsten Städte in einem System konkurrierender Stadtstaaten. In der frühdynastischen Zeit war die Stadt von einer großen Stadtmauer umgeben, die eine Länge von ca. 9 km hatte. Die Stadtmauer ist bisher nur punktuell untersucht. Das Gilgamesh-Epos berichtet, die Mauer sei von Gilgamesh, dem legendären König von Ur-Hug, selbst erbaut worden. Neu-Babylonische, Seleukidische und Patische Zeit Ur-Hugs umfangreiche und erhaltene Tempelarchive der Neu-Babylonischen Zeit dokumentieren ihre soziale Bedeutung als Verteilungszentrum. In Zeiten des Hungers konnten Familien ihre Kinder dem Tempel als Laienbrüder, Schwestern weihen. Auch in hellenistischer Zeit war Ur-Hug eine bedeutende Stadt. Die wichtigsten Tempel der Stadt sind instand gehalten und renoviert worden. Daneben gab es aber auch Tempelneubauten wie der Anu- und Antum-Tempel, Teil der Kultstätte Bidresch und ein Irrigal genanntes Tempelgebäude. Erstere sind ausgesprochen große und monumentale Anlagen. Auch die Zikkurat im Ienna-Tempelbezirk wurde in dieser Zeit renoviert. Auch aus pathischer Zeit stammen einige Tempelneubauten, wieder so genannt. Garius-Tempel während die Anlagen sumerischer Gottheiten langsam verfielen oder nach Bränden nicht wieder aufgebaut wurden. Es sind Teile von pathischen Wohnvierteln ausgegraben worden, die teilweise Häuser mit reichen Ausstattungen zutage förderten. Unter den Wohnbauten oftmals in deren Höfe gegraben, fanden sich zahlreiche Bestattungen, teilweise in glasierten Tonsärgen. Die Stadt bestand auch noch in sassanidischer Zeit. In der Nähe befindet sich auch noch die Anlage Nufiji, über deren Bedeutung die Forschung noch immer rätselt. Könige von Uruk Den sumerischen Königslisten zufolge wurde Uruk von En-Mekar gegründet, der den offiziellen Königstitel aus der Stadt Ienna mitbrachte. Sein Vater Meschki-Age-Gascha verschwand auf See. Andere historische Könige von Uruk sind Lugals-Agesi und Utu-Hengal. Der halbmythische Gilgamesch war laut den sumerischen Königslisten von ungefähr 2652 v. Chr. bis 2602 v. Chr. hier König. Er vervollständigte die Unabhängigkeit Uruks und versah die Stadt mit Mauern. Von Gilgamesch behauptete man auch, er habe den Ienna-Tempel in Auftrag gegeben. Später spielte Uruk eine bedeutende Rolle in den Kämpfen Babylons gegen das Reich Elam um 1200 v. Chr., bei denen es ernsthafte Verluste hinnehmen musste. Ausstellungen 2013 Uruk 5000 Jahre Megacity, Pergamon Museum, Berlin, danach 2013-2014 in Herne LWL Museum für Archäologie, Katalog Er jackenzüller 23 26 23 24 24